Die Qualle. Sag mal, wo hast du diese Wörter her? Das kann ich nicht sagen. Wem sollte ich's verraten? Würdest du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir den Tag beschreiben? Wie ist es draußen? Es ist wolkig. Nein, 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 nein. Beschreib es mit deinen Worten. Wenn deine Augen sprechen könnten, was würden sie sagen? Es ist ein blasser Tag. Blass. Gut. Alles steckt hinter einer Wolke fest. Und die Sonne sieht nicht aus wie die Sonne. Wie sieht sie aus? Wie eine silberne Auster. Danke. Das konnte ich sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie ist es?